Hallo und Willkommen zum dritten Teil von Crashers mit der lieben Jana heißt du. Jana ist unglaublich, also wenn man mit Anfängern zu tun hat, das erwartet man. Aber was heißt Anfänger, wir sind alle Anfänger. Wir haben eben so ziemlich wieder abgekackt und wir könnten jetzt direkt das noch mal probieren, aber ich glaube wir gehen erst mal hier in den Shop. Ja, gucken wir doch mal. Ich kann nicht mal sehen, ob es besser ist. Oh nein. Was macht mehr? Vielleicht sollte ich ein paar Heildränke mitnehmen. Wie kann ich die denn kaufen? Mit. Und wie wähle ich aus, was ich da habe? Das war hier oben. Wo? Ah. Kann ich nur drei Heildränke kaufen? Ja. Ich glaube mehr geht nicht. Aber ich hole mir noch mal eine... Nee, vier. Fünf. Okay. Aber fünf ist dann, genau. Fünf, ja. Okay. Ich hole mir mal eine Wumme hier und noch eine. Warum sind die unterste... Also sind aber beides die gleichen. Ja. Später gibt es hier glaube ich noch was anderes. Du gehst auch mit dem Geld verschwenderisch um. Natürlich, ich bin leide. So. Durch die Tür, nicht gegen die Wand. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Ich versuche. Trim, 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 trim dann. Du zieht dich mal aus. Ja. Über den... Ja. Über den Staunbaum. Musst die Freiheit wohl Grenzen befahren. Was? Wir waren doch vor dem... Wir waren doch... Ne, das ist... Die ist schuld. Ja, genau. Jetzt haben wir durchgepasst. Ja, jetzt waren wir auch... Wir spielen und... Ich glaube, wir sind die skilligsten Let's Player auf diesem Planeten. Ich bin nur Gast, ich bin nicht... Doch, du bist schuldig. Warum laufen denn unsere Tiere nicht eigentlich? Warum tust du das? Mein Tier läuft nicht, mein Tier schiebt sich so... Du bist halt... Dein Tier weiß, es muss nicht laufen, es hat sowieso keinen Speck gemacht. Nein, meins hat den Brü... Den Sprüches, guck mal! Ach ja, es bewegt sich nur Pforten mit Sprüches. Das ist ja geil. Okay, Brüder, sieh doch die Tür passen. Die ist voll abgelenkt. Yay, yay! Wir sind gleich wieder tot. Ah, nicht wieder eine Tür. Bitte keine Tür, bitte keine Tür. Dann geht das. Nur Baumstücken bitte. Ja, es schießt weg. Yay! Oh nein, was ist das denn? Oh. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen jetzt... Auf die Fische können wir springen und auf die... Auf die... Oder auch nicht. Ausweichen am besten. Da ist ein Hai, Vorsicht! Au! Die sind fies! Hallo! Entschuldigung! Ah, da ist einer! Ein Baumstamm! Ja, ist doch egal! Nein, auf den kann man schwimmen! Ja, aber ist doch egal! Du kannst doch auch so schwimmen! Nee, aber dann kann man hauen! Müssen wir den denn tot machen? Wir müssen nicht, aber es bringt Punkte! Da schießen welche vom Rand. Mhm. Die Pisser! Oh, ich würde gerne so nur Dings haben, wenn ich geh da raus. Was hattest du denn? Ja, die hat mich gerade angegriffen! Mach ihn tot! Mach ihn tot! Mach ihn tot! Och, ich bin schon wieder gleich tot! Ess doch mal das Zeug da! Ach so, ich habe ja auch einen Trank! Aha! Nein! Auch auf den... Hoch auf den gelben Trank! Saß ich beim Schwagerfond! Huch! Hör ab! Nein! Hör doch ab! Ja! Lass mich in Ruhe! Mach ihn tot hier! Da ist ein Wagenrand! Bin ich drauf? Nein, natürlich nicht! Diese Perspektive! Kann ich auf dem Toten reiten? Bitte lass mich auf dem Toten reiten! Ja! Geil! Mach dir doch mal tot den Fisch hier! Ich versuch's doch schon! Das ist ein Trasch, glaube ich! Hey, jetzt hat er mich... Aus Wagenrad! Aus Wagenrad! Aus Wagenrad! Isst mal das! Isst mal das andere da auch noch! Ach, ich brauche das Essen! Du bist doch voll! Was ist denn hier? Guck mal! Ah, unser König! Yay! Yay! Kittycats! Yay! Hey! Sie spuckt Fellknäuel! Sie spuckt Fellknäuel! Hey! Na tot! Hm? Was war das denn? Ja, das ist der eigene, der reitet auf der Kitty! Ach, man kann auf den auch reiten? Ja! Okay, gut! Aber ich bin... Aber wie komme ich da? Wie... Hörger! Au! Also die Bomben trinken hier gar nichts, genau! Die Bomben trinken auch nichts! Du musst... Du... Nein! Das hat sie mich dann auch schon gemacht! Wunderhaft! Ah ja! Ah! Wenn sie die Zunge raus hat, dann kannst du draufhauen! Kannst du so auch... Also hier! Wenn du... Wenn du... Wenn du... Und hier und so! Vorsicht, der Typ! Boah! Boah, sie kriegt kaum Schaden! Boah! Tolle der Scheiße! Ja, das ist ja genau mein Problem! Ah! Nein! Ich brauche den Toten! Ich brauche den Toten! Nein! Bring mir die Toten! Bring eure Toten raus! Kann ich auf dir nicht landen? Nee, kann ich nicht in den Toten! Hey, hau doch ab! Lass mich in Ruhe! Reiki! Da ist der nächste Tote! Ja! Aber jetzt hat mich der andere erstmal... Ja! Ja! Warum macht die kaum... Wie kriegt die kaum Schaden? Müssen wir die Kanone benutzen von ihm? Irgendwie? Keine Ahnung! Ich weiß es nicht! Was hätten wir müssen, wenn man nachgucken was... Wo bin ich hinter ihr? Ich sehe mich nicht mehr! Aber ich hatte Level Up! Ja, du hattest Level Up! Achso! Wissen wir auf ihn drauf hauen? Ja, wahrscheinlich! Der kriegt wahrscheinlich, wenn der hochguckt, der mehr Schaden! Kriegt er voll den Schaden oder so! Wir hauen einfach nur auf die Alte drauf! Das arme kleine Kätzchen! Ja, super! Ey, das war mein Toter! Ist doch! War der denn dein Toter? Nein! Hau auf den! Hau auf den! Ich habe nichts! Lödes Drexpie! Das ist so schlecht! Hau auf den! Hau auf den! Hau! Lass dich nicht von dem hauen! Ich will den... Hau! Wo bin ich denn? Hinter ihr. Boah, Alter, der Kampf ist ja noch ewig und drei Tage. Ja. Aber den kann man keinen Schaden machen, oder? Irgendwie nicht, ne. Ach, ich hab's verstanden. Das Fellknäuel darf nie den Dings erreichen. Ja. Und dann kriegst du auch mehr Schaden an die Katze. Immer wenn die in den Fellknäuel schmuckt, müssen wir es zerkloppen. Hey, Leblab. Mein, 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 mein. Mein Toter. Alter. Nehmen wir doch meinen Toten. Schieb mich doch nicht rum. Och, was sollte das denn? Jetzt schwimmt die so komisch. Ja, jetzt hat sie den Schatten. Ah, jetzt wieder. So, und jetzt schießen die uns. Ach, fuck. Wir müssen jetzt zweimal treffen, damit die anscheinend... benefitisch. Mach das. Wertig. Mach merkt. Ja. Rausspringt, nein. Fahr. Jetzt. Keine Ahnung. Mein Heim! Oh, mein Rad, mein Rad, mein Rad! Nein! Oh nein! Wir gewonnen so zerronnen, würde ich sagen. Nein, nein, nein! Nein, nein! Noch mehr! Ja, sehr gut. Du doofer! Jetzt ist die Katze natürlich gar nicht getroffen. So war das wahrscheinlich eben auch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wo kommt sie? Nein. Ah, jetzt hast du es verstanden. Ich muss mir nur ausweichen. Vorsicht, weg, neu. Nein, jetzt hat sie wieder nicht getroffen. Blödes Vieh. Die hat auch... Die hat auch... Die hat auch... Die hat auch... Denk so roten. Bei jedem Ende. Was? Auch. Bei Fischen! Jetzt ist sie getroffen. Oh nein, und wir sind nicht... Ah. Hast du gesehen? Letztens noch voll Schaden. Ja, ja. Also, hätten sie aber schon auch völlig. Die sind so schlecht. Ja. So, und jetzt davorbleiben. Vor der Katze bleiben. Ja, aber falls sie wieder nicht... Nein! Sie ist selber davorbleiben. Wo bin ich denn? Das gibt's doch nicht! Nada, du hast nichts mehr, oder was? Ja. Hey! Doch, du hast noch Pränke. Ich nehme mal gerade einen. Oh, mach den Ding kaputt! Das gibt's doch nicht! Nein! So, komm, mach den Fake-Style. Mach das kaputt! Au! Yes! Draufhauen, draufhauen! Gib alles! Mach die tun! Leise ist sie! Das gibt's doch nicht! Stürb doch! Stürb doch! Oh! Wie hat er schon... Oh! Nein! Drauf! Ich mach das knurre doch! Ja, das war's! Puh! Leute! Wie lange haben wir jetzt gekauft? Wir haben jetzt ernsthaft eine Folge gebraucht, um diese beschissene Katze zu planen. Aber wir haben kein Gold verdient. Yeah! Haben wir gut gemacht! Äh, äh, nein! Ich mach jetzt alles auf Strengths! Ja, liebe Freunde, gebt fein Acht! Nein, Spaß beiseite! Das war's auch schon wieder, weil... Also, es war wirklich krass! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!